So, Zug kommt, fett rein. Mal gucken, ob es mit dem Sound klappt mit den Airpods, sonst muss ich noch was anderes testen. Auf geht's, erstmal hier nach Hamburg. Ich hoffe man sieht's. Ja, ich glaub schon. Und dann zu Luigi's, beste Pizzeria in Hamburg. Und zum Empfehlen im Portugiesenviertel ist alter, ultra geile. Ganz aber nicht nachzumachen. Ich versuche noch hier ein Bild rein zu kriegen von der Pizza oder Video. Vielleicht aber auch nicht Ankündigungslaut. Es gibt 6 Macharisch-Awaren in der Stadt der Stadt der Stadt. In der Stadt der Stadt. Sie werden die Bedeutung auf der Erde auf der Stadt. Bis zum nächsten Mal. Alter. Ich habe Logan gerade einen Nachbarn gehabt. Und er meinte ziemlich einfach. Seine Kinder können YouTube gucken. Und nicht im Handy sein. Und nicht so. Dummau. 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 Krank. Ich glaub, die werden so richtig dumm sein in der Schule und nichts checken. Und seine Ambrichter halt, wenn die nur am Handy hängen, Schüche fängen, dann lernen sie nichts, weil man nur aus Büchern lernt. Ahhhh. Dumm. Ich muss jetzt noch mal vloggen. Ich bin jetzt angekommen. Liebes im Arsch. Augenringe. Läuft. Welbe Klamotten noch an. Aber ich muss sagen, der erste Eindruck ist richtig nice. Wie ist hier? 18 oder 20 Grad oder so. Man kann ein T-Shirt eigentlich rumlaufen. Ich muss ein Ticket holen. Dann hat mir geholfen. Nachfragen aus der Bahn, Alter. Die Leute sind ja alle bekloppt. Die fahren alle links. Wir holen uns ja auch ein Auto. Und ich muss dann auch aus dem Fahren gucken. Keine Ahnung, wie das machen soll. Nixverkehr. Voll gefährlich, Alter. Ja. 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 Der. Ja. 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 Na ja. Vielen Dank.